Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ja, heute sitze ich hier. Das Wetter, naja, bisschen gräulich, aber trotzdem fein. Ja, der September läutet sich ein. Ja, was gibt's dafür zu sagen, ne? Ja, ich habe heute Fußball gespielt. Ja, da oben, wie ihr sehen könnt, versteckt sich die Sonne, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Und ja, da sehen wir noch diese neuen Blüten, die kommen, aber warum sie nicht im Moment nicht blühen, ist ja klar. Ja, mal am Abend, Freunde. Nun ist es mal wieder soweit. Die Zeit wird anders, es wird früher dunkel. Ist schade, dass es früher dunkel wird, aber manchmal ist es halt so. Ja, was will man machen? Die Zeit wurde beschattet, von Timmy ist tot. Man sieht das auch an manchen Blättern, aber immerhin ist das Wetter noch einigermaßen. Ja, fünf Freunde vier habe ich jetzt auf DVD. Warum ausgerechnet fünf Freunde vier? Weil ich mit fünf Freunde vier und überhaupt mit fünf Freunde viel verbinde. Aber das könnt ihr dann in der Serie sehen, Manuel erzählt. Warum, wieso, weshalb. Das werde ich jetzt hier erst mal nicht erläutern. Aber doch, gibt es auch wie mal wieder... Ja. Aber das sind andere Geschichten. Es sind natürlich immer noch viele... Ne? Ich werde mich jetzt auch mal wieder... Hm. Werde ich mich verabschieden? Ne, noch nicht. Alles angefressen. Von den Tieren. Aber... Tiere gehören dazu. Und das ist so. Und... Deswegen Mahnlamabend, Freunde. Werde ich jetzt mal nach oben gehen. Und werde mich jetzt erstmal wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Ab 19 Uhr zum Mahnlamabend. Es sind Aufzeichnungen. Und ich muss natürlich auch noch was anderes erledigen. Für die Premiere. Für den DVD Verkauf und so weiter. Und deswegen... Mach ich jetzt mal Schloß. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr, zum Mahnlamabend. Bis dahin. Und Tschüs. Hm ...